Hallo, hier ist der Martin von Monimank, hier ist das die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 20. Mittwoch? Dienstag. Dienstag, den 20.10.2020 und unser DAX hat zumindest die Gewinne vom Freitag zum Montag komplett wieder abgegeben. Wie gewonnen so zerronnen, dass das hier richtig durch die Finger einfach wie feiner Sand durchgesiebt, von Anfang bis Ende hat es da durchgeschoben. Von Anfang bis Ende ist hier aber tatsächlich dann eher der Bereich um 29.10 Uhr, sie erinnern sich, ich sag mal eigentlich fast jeden Montag, dass man da einfach noch ein bisschen abwarten sollte, weil einfach zu oft man vorher sinnlos ausgestopft wurde. Das lief bei uns heute da auch nicht ganz so glücklich, hat die Elisa sogar noch weggetragen, oben raus, ganz knapp unterm Tageshoch da rausgetragen. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass wir da oben das Tageshoch formiert haben. Da scheinen sich zumindest viele für den Trade sympathisiert zu haben und waren dann da mit drin. Da hätte es sich auf jeden Fall schon alleine das Abo gelohnt, wenn man einfach die Stops sich angeguckt hätte von unserem Trade und dort vielleicht eingestiegen ist. Also mir ist es immer wichtig, dass nicht alle immer echt wirklich ganz genau die gleichen Trades da drin handeln, auch wenn wir es vorgeben. Wir haben halt nicht die Wahl. Wir können halt nicht einen Trade in fünf verschiedenen Varianten darstellen, aber man merkt schon immer wieder, dass man doch eine gewisse Größe erreicht hat. Das ist ja auch hier in den Analysevideos, wo dann eine gewisse Meinung auch platziert wird und wo natürlich auch bei Trades, die vorgegeben werden, die wir als Beispiel mit reingeben, wenn dann zu viele einfach drauf sitzen, dass für den Markt auch attraktiv ist, da vielleicht mal noch die 1, 2, 3, 4 Punkte mehr zu machen, um entsprechend eine Orte abzuholen. Also wir sind relativ genau im Tageshoch rausgeflogen, haben hinten raus dann zwar noch einen Trade reingekriegt, da ist sogar auch schon ein Teilgewinn durch. Mal gucken, ob da noch der Rest mit reinkommt jetzt. Das gleicht das ein bisschen wieder aus oder vielleicht sogar noch da mehr. Müssen wir mal gucken, was noch draus wird. Aber so gesehen im Vollen und Ganzen ein Tag, der jetzt eigentlich nicht grob aus der Erwartung raus ist. Ich denke, früh haben sich ein paar vielleicht Kürre machen lassen von der ersten 9 Uhr Kerze. Wer aber im Hinterkopf den Hinweis hat, dass man eben nach 9.30 Uhr, nach 10 Uhr dann erst gucken sollte, wie die Bewegung weiter treibt und das sagen wir jeden Montag, der hätte dann zumindest gesehen, dass der Dachsjaka abwärts tendiert und das hat er bis zum Tagesende durchgezogen und auch wirklich bis zum Schluss und hier eine ganz gute Strecke noch nach unten geschafft. Und damit hat er dann auf jeden Fall den Freitag nach oben ausgekontert. Es ist ja auch sehr untypisch gewesen, was wir gesehen haben. Wir haben ja jetzt so explizit im Video nicht gesagt, aber dass wir einen Freitag mal im Chart hatten, der von früh bis abend durchgezogen hat nach oben. Das haben wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Eigentlich hatten wir bisher immer einen recht konstanten Verlauf, so von Freitag, Montag, Dienstag. Das war immer wieder üblich. Der Freitag ist noch so ein bisschen gefallen, hat dann hinten raus aufgedreht, dann gab es einen Aufwärtsskip, der Montag hat dann voll durchgezogen und dann hat er Dienstag die Umkehr gemacht. Das haben wir jetzt weiß nicht, wie viele Wochen hintereinander gesehen. Jetzt hat er hier aber einen Poch reingebracht, in dem er den Freitag so nach oben gepeitscht hat. Er ist jetzt hier unten drunter geblieben, er ist unter der 69 geblieben, 12,69 geblieben. Er ist auch unter diesem Aufwärtstrend Pullback geblieben, auch wenn er hier mal durchgestochen hat. Aber Sie sehen es ja, der Kerzenkloß wieder drunter. Er ist wieder im Abwärtstrend, er drückt sich hier wieder runter und damit hätte er jetzt durchaus auch Potenziale zum Dienstag hier noch einen Tief drunter zu setzen. Also auch unter den letzten Wochen Donnerstag, das wäre sogar gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich würde ihm jetzt erstmal Platz geben bis 12,7,10 zum Dienstag. 12,7,10, 12,6,40, 12,5,50, sag mal mal 12,5,70. Das sind jetzt so die drei Stationen, die hier unten kommen. 7,10, 6,40, 5,70, wenn der DAX das macht, was er die letzten Tage immer wieder gemacht hat. Nämlich gegen die Erwartungen der Leute zu treiben, gegen die, naja, gegen das, was vielleicht auch am meisten Sinn macht, ein bisschen zu treiben und einfach immer viel auf und ab und hin und her zu machen. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er vielleicht gar nicht mal bis hier unten durchkommt und schon an der 7,10 oder so stabilisiert, 6,40 stabilisiert. Da muss man einfach mal ein bisschen jetzt Augen offen halten. Wenn dann da schöne grüne Kerzen wieder nach oben kommen, dann geben sie denen ein bisschen Raum. Rücklaufbereiche liegen jetzt im Bereich um 12,900. Das wäre dann auch hier die Kante. und ein bisschen tiefer, so im Bereich um 8,20 rum. Ja, na, das tief so 8,20. Was anderes, ich würde hier gerne die 8,45 noch mit anführen, aber aus der Perspektive sehen wir tatsächlich nur 8,20 und 900. Das sind jetzt so die beiden Rücklaufmarken zum, ich bin mit den Tagen ein bisschen durcheinander zum Dienstag. Ne, 8,20 und 900, die beiden Rücklaufmarken. Alles, was dann über 900 geht, insbesondere auch über 69, wäre eher wohlischer Konter dann schon wieder. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir unter 900 bleiben zum Dienstag. Da müssen wir mal schauen. Also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar ein kleines Aufwärtsgeld reinkriegen. Das ist, würde einfach dazu passen, wie der DAX die letzten Tage immer geht. Das sieht jetzt so offensichtlich aus, wie er es fällt zweiter. Dann macht er ein kleines Aufwärtsgap. Alle denken, na, jetzt steigt er wieder nach oben. Dann macht er doch wieder einen Tief. 12,7,10. Dann reagiert er dort nach oben. Dann macht er wieder runter. 12,6,40. Das könnte ich mir zum Dienstag gut vorstellen. Und dann muss man auch am Dienstag ein bisschen gucken, wie die Tiefs fallen. Das ist ja auch für unseren DAX schon sehr markant, wie der am Dienstag dort arbeitet. Auch dort sehr, sehr, sehr hohe Dichte an Wahrscheinlichkeitsüberhäufung oder Doppelung. Oder wie soll ich denn das beschreiben? Mir fällt kein Fachwort dafür ein, dass es auch tatsächlich gibt. Ich neige immer dazu, Worte selbst zu empfinden. Aber, was will ich Ihnen sagen? Ich will Ihnen sagen, typisch wäre es, wenn er jetzt hier noch einen Tief drunter setzt. Das habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt. Aber, das geht dann noch weiter. Oder, wenn nämlich der DAX zum Nachmittag dann auch noch neue Tiefs macht, dann fällt er oft auch sogar noch im Mittwoch ein ganzes Stückchen runter. Wenn der aber nur so ein markantes Vormittagstief stellt, idealerweise so nach 10.30 Uhr und noch vor 12 Uhr, und der macht nachmittag keine neuen Tiefs und geht zum Beispiel über die 12.900, dann ist das ein Kaufsignal aus wochenzyklischer Sicht im DAX. Weil nach sowas, also schwachem Montag, dann Dienstag, markantes Vormittagstief, kein Nachmittagstief, sondern nach oben rausdrücken, häufig ein richtig schöner Konter kommt. Und der geht über den kompletten Mittwoch bis in den Donnerstag hinein. Das heißt, wenn der Dienstag hier unten sein markantes Vormittagstief stellt, kein Nachmittagstief macht, über die 12.900 geht, dann wird der Mittwoch richtig lang nach oben rausgehen. Dann kann das durchaus sein, dass der Mittwoch schon so eine 1.20, 1.40, 1.10, 1.40 durchaus erreichen kann, in dem Moment, wo man den hier drüber stellt. Und dann wäre zum Donnerstag vielleicht nochmal so ein Dip auf die 13.200 denkbar und dann schon wieder Abflug nach unten. Das wäre dann typisch. Deswegen muss man ein bisschen darauf achten, wie kommen die Tiefs und was macht er insbesondere Dienstagnachmittag? Das ist wirklich markant im DAX, immer wieder zu beobachten, sollte man aufpassen. Dann fällt er auch zum Dienstagnachmittag noch weiter. Dann kann er ein gutes Stückchen fallen halt. Also kann er sich gut einschwingen. So, damit kommen wir... Die Pfeile sind ja noch so, wie wir es gestern gezeichnet haben. Ich denke, da widersprechen sie mir nicht, wenn er sich daran gehalten hat, auch wenn das hier oben nicht schön war. Ich weiß, da wird der eine oder andere irritiert worden sein. Das ging auch mir nicht anders. Das war eine starke Bewegung. Mir hat halt nur geholfen, mich dann auf meinen 39, 10 Ohr da ein bisschen zu berufen und zu sagen, okay, er treibt davon weg, er treibt halt auch noch weiter. Und späteren Zeitpunkt, okay, er treibt davon weg, er treibt noch weiter. Späterer Zeitpunkt, okay, er treibt noch davon weg und er treibt weiter. Punkt. So, das klappt ganz oft Montag. Und ja, deswegen, ich würde die Pfeile jetzt hier einfach erstmal so stehen lassen, auch den hier oben letztendlich. Die Marken haben wir besprochen, Bereiche sind klar. Wir können auch kurz in den Taketschart reingucken. Na, der ist schön da unten ausgekontert. Na, und da hat er genau das gemacht, was wir gestern gesprochen haben. Oder habe ich das mit Ihnen erzählt? Ich habe mir jetzt das Video von gestern nicht angehört, aber ich kann mir vorstellen, dass ich auf die Tageskerze von gestern Ihnen bestimmt, ich weiß es nicht, aber auf so eine Tageskerze erzähle ich eigentlich immer. Und ich erzähle ja, also wer ganz aufmerksam ist, der merkt eigentlich, dass ich immer nur gleich erzähle. wir machen Charttechnik, das heißt, wir erzählen ein Muster und wie die sich ausüben. Und es sind halt einfach mal immer wieder die gleichen Muster, über die wir reden halt. Das fällt vielen gar nicht auf, weil sie nicht versuchen, zu verstehen, was ich mache, sondern sich eher mehr da eine Bestätigung holen. So ein bisschen selber probieren, zu analysieren und dann gucken, hey, was sagt der Martin und legen das drüber. und gar nicht so sehr versuchen zu verstehen, wie ich da drauf komme, was ich sage. Aber wer das probiert, der merkt, dass es ganz oft immer wieder das Gleiche ist, was wir machen und erzählen. Und ich könnte Ihnen schwören, ohne dass ich mir das gestern Video nochmal angehört habe, dass wir auf die Kerze bestimmt sowas gesagt haben, wie dass es untypisch wäre, wenn der DAX eine ganz lange rote Kerze dahinter stellt. Aber dass wir sehr häufig sehen, dass der DAX hier dann eben mit Tagesschluss auf das Eröffnungsniveau ungefähr drauf geht. So 7,50, 7,60 hätte er dafür machen müssen, 7,40 ist es geworden, damit passt das und ist typisch. Das heißt, jetzt könnte er im nächsten Schritt unten den Trigger aktivieren. Das ist halt einfach, das sieht man immer wieder hier an solchen Stellen und dass er dann halt auch lang durchgeht. Und manchmal sogar schon, da muss man jetzt zum Dienstag aufpassen, manchmal sogar schon mit Aktivierung des Triggers fast schon sein Ziel erreicht. Das Ziel ist jetzt bei mir hier die 200-Tage-Linie, das wäre zu krass für den Dienstag. Aber ich sage mal, dass der auf eine 500 fallen kann, auf eine 3,80. Das wäre im Tagesschluss durchaus legitim zum Dienstag und deswegen sollte man im 2-Stunden-Chart, muss man hier vielleicht nochmal kurz zurückgucken, ob man hier die Pfeile unten haben, auf, na doch, genau, sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn der die Nachmittag-Tiefs noch schlägt, kann er ein ganzes Stückchen nach unten rutschen. Ich glaube, das haben wir auch gerade so gesagt, das spiegelt das dann eigentlich noch wieder. Und dann wäre Dienstag hier unten, der Bereich hier so an dem Trigger legitim. 12.500, dann hätte er sogar ein neues Tief unter am Donnerstag, dann wäre er im Tagesschaut hier unten dran, ja, das würde schon passen halt, ne. Gucken wir mal, muss halt jetzt fallen erstmal, das ist vielleicht auch nicht ganz so selbstverständlich, wie das jetzt hier rüberkommt, aber wenn er fällt, hat er schon gute Chancen, sich hier noch ein paar Meter zu probieren. Okay, demzufolge, bei den Optionsscheinen ein bisschen aufpassen, ne, wir haben wieder zurückgerudert, sind mit dem, für die Long-Scheine über die 13.000 gegangen, passen Sie da auf, das ist für mich nicht ganz so leicht, das im Blick zu behalten, an welchen Stellen ich wo wie das Poster, da kann es unter Umständen auch mal sein, dass irgendwo nochmal der alte Schein drin ist, einfach, ich nutze die Mails und Sachen nicht so, wie sie das nutzen, ich stelle ihnen das bereit, aber ich nutze es dort, also ich schaue nicht in allen Analysen, wo ich was poste, auf die Marken und auf die Scheine, um die dann bei mir einzugeben, das heißt, mir fällt es nicht unbedingt auf, wenn mir dort ein Fehler unterläuft, ne, also schauen Sie da kritisch, dass Sie nicht unbedingt mit dem 250er hier vielleicht arbeiten, den wir da drinnen hatten, wir hatten hier, äh, 520er, 520, 530 hatten wir hier einen K.O. die letzten Tage, wochen, der ist jetzt, der ist jetzt definitiv zum Dienstag das falsche, falsche Mittel, ne, da würde ich eher den unter 13.000 dann nehmen, den K.O. Schein für die Longs. Ja, ich schreibe es Ihnen ansonsten auch nochmal in die Kommentare jetzt, ich gucke nochmal, dass es dort richtig ist, aber ansonsten passen Sie bitte ein bisschen auch auf, wie gesagt, das ist für mich, ich versuche Ihnen da eine Hilfestellung zu geben, für mich ist das keine Hilfestellung, wenn ich die Scheine irgendwo poste, das bringt mir herzlich wenig, ich weiß bloß, dass viele von Ihnen das gerne haben und auch da immer wieder drum bitten, deswegen ist es aber halt einfach fehleranfällig, weil ich in dem Moment das, ähm, also es mir halt nicht einfach nicht auffällt, wenn ich dort einen Fehler habe, halt, ich bemühe mich jetzt da noch überall drüber zu gucken, aber bitte gehen Sie da auch immer kritisch mit um und schauen Sie dann nochmal genau für den Fall der Fälle, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist, ja, gut, also ich mache hier zu, ich wünsche viel Erfolg zum, 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 die, 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 so ein Bild immer nach Dienstagen gehabt, das bringt mich wahrscheinlich hier ein bisschen aus dem Konzept, ne, auch vom Chartbild, dieses nach oben reißen, das ist ganz typisch für Montage gewesen, das ist ganz typisch für Dienstage gewesen, das ist irgendwie ein bisschen versetzt hier gerade, wir gucken mal, ich mache zu, erfolgreichen Dienstag und maximale Erfolge, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, ciao.